Los geht's! Willkommen zu zeitgenössisch Anfänger, aber auch Mittelstufe und zwar vom Flugfisch für euch zu Hause. Und ich habe mir gedacht, wir brauchen einfach nur eine Fläche, die ihr auch zu Hause habt. Ihr habt bestimmt nicht so viel Platz wie hier im Flugfisch, deswegen reicht eigentlich, nicht nur runter, reicht eigentlich so eine Fläche, dass ihr gut am Boden euch ausbreiten könnt und einen Schritt nach rechts und einen Schritt nach links gehen könnt. Und der Rest ist am Platz auch nach oben und die Arme zur Seite ausbreiten. Genau, also schiebt das Sofa weg und den Sessel und dann geht's los. Okay, Musik geht's auf und dann stellt die Füße parallel und breit auf und drückt erstmal die Füße in den Boden, dass sich eine Spannung im Bauch aufbaut, richtig reindrücken. Und dann könnt ihr die Hände flexen und schraubt euch nach oben, richtig schöne Spannung aufbauen. Und wenn ihr richtig die Füße in den Boden drückt, die Hände flext, die Schultern nach unten zieht, dann wird euch vielleicht schon warm. Trotzdem gut atmen. Und dann langsam die Spannung lösen, Knie beugen, Arme nach oben und Spannung wieder aufbauen. Ausatmen, Spannung lösen, einatmen, atmen, Spannung aufbauen. Schöner wirken zu einer Lange, steißen, nach unten und die Füße in den Boden drücken. Weiche Hände, ein bisschen schneller. Lass die Fersen am Boden. Noch zweimal. Und dann die Arme zur Seite, nur beugen und die Arme pendeln. Ganz bewusst die Knie beugen, die Füße in den Boden drücken, Arme öffnen. Geführter Schwung, genau. Und jetzt. Hände auf den Kopf, nach vorn, Hände aufs Brustbein. Noch mal langsam auf den Kopf und aufs Brustbein, dabei die Beine bohren. Gut. Schneller. Das könnt ihr so lang machen, wie ihr wollt. Und dann einfach bouncen. Die Füße sind immer noch angeklebt am Boden. Spürt eure Mitte, ganz kräftig. Der Rest des Oberkörpers entspannt, aber auch richtig. Genau. Dann fangen wir an, weiter zu pendeln. Nehmt den Kopf mit zur Seite. Lasst die Knie parallel nach vorn. Bisschen schneller. Jetzt könnt ihr auch den Kopf nach vorn gerichtet lassen. Und schön die Füße anknien. Und die Knie parallel, die Hüften parallel. Gut. Dann nehmt die Arme nach oben und händen zur Seite. Knie, Füße, Becken parallel. Schön den Oberkörper rotieren. Blick nach vorn. Und jetzt schnell. Und bleibt alles stabil und ihr tröstet nur den Brustbein. In unserem Bereich. Und jetzt so schnell, wie ihr könnt. Vielleicht hört ihr aber auch mal um. Das ist alles gut. Die werden jetzt ein bisschen massiert und gekräftigt. Schön die Füße fest am Boden verankern. Und dann locker. Und schön alles kneten. Wie so ein Teig. Und die Arme. Die Hände. Hand link. Vorsichtig den Kopf. Und richtig alles, was ihr lange nicht bewegt habt, mobilisieren. Sehr gut. Und probiert aus, wohin ihr euch erfüllen könnt. Und immer noch die Füße fest am Boden. Gut. Den Kopf. Den Nassen. Gut. Sehr gut. Dann geht weiter zum Becken. Lasst das Becken sich bewegen. Auch da ausprobieren, wohin ihr das schieben könnt. Ohne, dass die Füße den Boden verlassen. Ausprobieren. Probiert die Mobilität des Beckens. Und die Knie. Jetzt verändern sich vielleicht die Füße langsam. Jetzt könnt ihr die lösen. und Außenkanten schieben. Genau. Vielleicht ein bisschen das Gewicht nach vorn, nach hinten. Genau. Probiert einfach aus. So, dass ihr euren Fuß merkt. Genau. Und dann verbinden wir alles. Ihr könnt jetzt langsam auch die Füße. Lasst sie parallel, aber könnt ihr abheben vom Boden. Und versucht mal ganz klein alles zu bewegen. Geht mal durch. Euren Körper, Füße, Waden, Knie, Becken, Rücken, Schultern, Arme, Finger, Kopf. Erstmal vorsichtig. Und dann versucht mal nach unten zu gehen und nach oben. Und dann geht's noch ein bisschen. Ein bisschen wie in einer Röhre. Ne? Wir haben hier nicht Platz. Das ist ganz eng am Körper. Erstmal bewegen. Probiert mal nach unten zu gehen, ohne die Fersen abzuheben. Wer das nicht kann, kann die Fersen ablösen. Erstmal hoch und runter. Genau. Und von da geht nach außen. Probiert rechts, links, hinten, vorne. Nicht auszubreiten. Genau. Nicht aus, hinten, hinten, vorne. Und unten. Und unten. Gut. Jetzt geht langsam auf ein Bein. Und versucht erstmal einen Standfuß zu spüren und die Balance zu halten. Und jetzt fangen wir wieder an mit kleinen Bewegungen. Und verwurzelt den Fuß im Boden. Gut. 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 Und dann alle richtigen Lenden. Gut. 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 Und nehmt wahr, wo vielleicht ein Wackel-Element ist und versucht da zu experimentieren. Wir versuchen den Kopf nach oben zu nehmen. So, sehr gut. Und dann erstmal wieder bounce und zumindest schon etwas warm. Erstmal ein bisschen ausschütteln. Und dann rollt einmal den Körper nach unten. Entspannt den Rücken, den Kopf, die Rückseite. Und beugt die Knie und streckt den Kuh. Pendelt ein bisschen um eure Füße. Und dann beugt, beugt die Beine und pendelt nach oben. Und nochmal aufrollen. Ein bisschen schneller aufrollen. Zur Decke schauen. Und wieder nach unten. Und wieder nach unten. Und dann machen wir eine kleine Warm-Up-Folge. Wir rollen ab. Eins. Zwei. Drei. Und vier nach oben. Nochmal. Eins. Zwei. Drei. Und vier nach oben. Arme seit. Viermal. Drei. Mit Armkreis. Drei. Drei. Vier. Ein Flatback. Rücken entspannen. Knie beugen. Hopp. In den Spitz. Rechter Arm nach oben. Zurück. Füße nach vorn. Und roll auf den Rücken. Ein Pumi. Hup. Hup. Rücken. Pumi zurück. Und hopp. Nach oben. So. Ich glaube das war nicht ganz korrekt. Aber nochmal. Für mich. Eins. Zwei. Drei. Vier. Hup. Hoch. Zack. Vier. Viermal. Flett weg. Eins. Zwei. Viermal. So, nochmal rechte Seite, hoch, auf die Seite, rollen über den Rücken, Knie, machen es so, und nach oben, ja? Okay. Nochmal rechte Seite, fünf, sechs, fünf, sechs, sieben, und eins, zwei, über den Becken nach oben, nochmal, eins, zwei, Arme, Seite, vier, Knie, mit Arm, der Becken, eins, zwei, Drop, Knie, schieb dich nach hinten, auf die Beine, über die Seite, Lummi, und hier kleine Squatch, auf den Rücken, über die Seite, Drop in den Stütz, und langsam aufrollen, okay, ich boge links, und eins, zwei, zieh dich raus, nochmal, Arme seien, viermal, drei, vier, fünf, fünf, schön die Beine gerade lassen, voll, spinning, schick, Rechte Arm, Rücken, Flummi, Drop, Knie, auf den Rücken, über den Stütz, Kopf, langsam nach oben, nochmal, vier, eins, zwei, zieh dich raus, Arme, Seite, vier, drittes Mal, und vier, viertes, flat back, zwei, zwei, Drop, Knie, schieb, ah, ich hab den Arm vergessen, hoch, und die Knie, ab, auf den Rücken, Lummi, hoch, und über die Seite, in den Stütz, schieb die Beine, nach oben, ah, der Arm, okay, nochmal linke Seite mit Arm, in den Stütz, und eins, zwei, zieh dich raus, hopp, hopp, und viermal, jetzt langer Rücken, entspannen, hier, schieb dich zurück, lege Arm, nach oben, hier, die Seite auf den Rücken, hopp, stretch, über den Stütz, schieb die Beine ran, und richte dich gleichzeitig auf, okay, gut, so, dann zieh dich zu einer Seite, lass das entgegengesetzte Bein am Boden stehen, hol den Arm wieder zurück, und geh zur anderen Seite, beide Füße gut am Boden, und nochmal, schön über oben, rausziehen, und jetzt geh weiter, reuch die Beine, geh nach vorne, und lass jetzt dein Oberkörper richtig hängen lassen, und öffne wieder, über die Seite, muss keine Kontraktion sein, nur den Oberkörper, hängen lassen, letztes Mal, gut, schütteln, noch die Füße, Kleiner Fuß, aber nehmt mal die Schultern mit hoch und runter, genau, schön die Schultern fallen lassen, und eine Ferse, genau. Jetzt, bleib, bolle weh, Schultern weiter, und Arne bewegen, Schultern, bleib im bolle weh, stabil stehen, Arne, Schultern, bewegen, hoch, ab, und lasst die Fersen zum Boden, beugt die Beine, kurz entspannen, gut. Und, machen wir eine kleine Sequenz, genau, und zwar, bevor wir das aber machen, geht einmal in den Auswahlschritt, schön rechter Winkel, und das hintere Reine gestreckt, damit ihr euch hier nicht im Letztgrund wechselt, über den Stücks. Okay, dann geht noch einmal hier in den Stütz, haltet dort ganz gerade den Rücken, die Arme leicht beugen, und dann noch für die Bauchmuskeln ein paar Mal die Knie heranschieben und zurück. Okay, gut, dann wieder einmal nach vorn, und dann das hintere Reine strecken, Kopf entspannen, schön ein- und ausatmen, dann das hintere Bein parallel legen, das vordere stellen und die Seite wechseln. Gut, und dann die andere Seite, und dann beide Beine wieder parallel miteinander, und Knie beugen, lasst den Oberkörper richtig auf die Oberschenkel fallen. Streckt nochmal die Beine, und dann beugen, aufrollen, Wirbel für Wirbel. Kopf zuletzt. Okay, noch eine Sequenz zum Abschluss. Und zwar fangen wir an mit einem Ausfallschritt. Bei mir ist jetzt das rechte Bein nach hinten, bei euch kann es auch das linke sein. Dann wechseln, zack, dann eine Drehung, ein Sprung, hopp, Arm nach oben, rechter Arm nach hinten, rechter Arm nach oben, und rechtes Knie nach oben. Okay, noch einmal. Rechtes Bein nach hinten, linkes Bein nach hinten, Drehung, Sprung, hopp, Arme nach oben, rechter Arm schwingt, und rechtes Knie nach oben. Okay, noch einmal. Okay, noch einmal. Rechtes Bein, linkes Bein, Drehung, Sprung, hopp, Schwung, rechtes Knie weiter, hopp, rechtes Bein zurück, nach hinten, hopp, und Drop, Stütz. Rechts, rechtes Bein nach vorne, entweder ihr schwingt euch rum, oder, falls ihr Teppichboden habt, könnt ihr auch so laufen. Dann, Splitsch, Lummi, hopp, rechtes Bein öffnen, und aufstehen, wieder nach vorne. So, noch einmal, rechts, links, Drehung, hopp, Sprung, Arme nach oben, Schwung nach hinten, Knie mitnehmen, Drop, rechter Arm, linker Arm, Schwung, geh nach unten, und rechtes Bein, Blummi, hier, hab ich gar nicht gemacht, nochmal, hopp, hopp, hoch. Okay, vielleicht noch einmal ein bisschen langsamer. Okay, rechtes Bein zurück, hopp, wechsel, andere Seite, hopp. Dann könnt ihr entweder auf beiden Füßen drehen, oder wo der G, und Sprung, schon den Kopf locker lassen, Arme nach oben, rechter Arm schwingt zurück, nehmt das Bein mit, lang nach hinten, eine lange Linie, rechter Arm, linker Arm, Schwung, Arme nach oben, und bis nach unten sinken, in den Schnitt. Und rechts, rechtes Bein nach vorne, auf den Puh, hopp, rechtes Bein beugt zur Seite, unten in das linke, nach vorne Schritt, zack, okay. Okay, und Blick. Rechte Seite, parallel, breit, fünf, sechs, sieben, rechts, rechts, links, schnudig. Und links, hoch. Schwingt den linken Arm, linkes Bein. Linke Arm, rechte Arm. Linkes Bein, der Tor. Nimm das linke Bein. Schritt rechts. Und linke Seite gleich an. Linker Arm, schwingt den linken Bein. Okay, sehr gut. Dann machen wir noch einmal rechte und linke Seite zusammen. Okay. Und noch ein bisschen Rutsch. Okay. Fünf, sechs, sieben. Punkt. Nimm den Schwung. Hopp. Rechte Arm, schwingt das. Rechte Bein. Hopp. Nach hinten. Rechte Bein nach vorne. Nimm den Schwung. Stretch. Nimm das rechte Bein. Walk. Schritt. Schritt. Kurze Pause. Sie respond. Links. Heimat vorn. Okay, das könnt ihr für euch jetzt so oft wiederholen, wie ihr wollt. Und dann könnt ihr danach nochmal alle kleinen Gelenke bewegen. Und nochmal nachspüren, ob sich alles gut bewegt hat oder ob irgendwo eine Spannung ist. Die könnt ihr einfach rausschütteln. Okay, gut. Und einmal aufs Hände. Und noch einmal ganz leicht in die Spannung gehen. Und ohne zu viel Druck, ganz leicht. Und einmal zur Seite. Und noch einmal weiten, vorn beugen. Und in ein Dreieck laufen. Und die Beine auch ein bisschen öffnen. Knie beugen. Das, was euch gut tut. Knie beugen. Den Kopf locken lassen. Ja, wie gesagt. Und hier räue. Die Eberkörper sind noch mal entspannt. Auch die Oberschenke legen. Knie beugen. Knie beugen. Weichbewegen, Bein strecken, viele Beugen aufräumen, den Kopf zur Seite und zur anderen Seite. Gut, das war's von mir, ich hoffe euch geht's einem gut und wir sehen uns bald wieder. Alles Liebe zu euch!